so hallo herzlich willkommen zurück zu final fantasy 13 2 und heute ist vielleicht sogar tatsächlich das letzte mal dass ich final fantasy 13 2 aufnehmen denn ich glaube es ist heute sonntag nacht nach der osternacht und vielleicht sie ist heute durch mal gucken kommt irgendwie gut wird es durchkommen sowas habe das problem ich weiß nicht mehr wo ich stehen geblieben ist okay die kommen jetzt hatten auf jeden fall das weiß ich ich gehe einfach hier von hier von hier alles durch wenn ich muss ja mein handy nehmen die puddings jetzt kommt die goblins abkalu ok sahagan prinz und le 300 na eben da war doch irgendwas ist mir spiel nicht abgeschmiert weil ich das monster haben heute war nicht irgendwas ich hoffe es funktioniert jetzt alles wieder und ich hatte ich noch mal gucken ob meine aufnahme wirklich korrekt läuft und dann tun wir eigentlich loslegen für heute nacht dann habe ich nämlich auch endlich mal durch es wird aber auch allerhöchste zeit wirklich ich will mich danach auf kleinere projekte konzentrieren vor allem auf die einzelnen videos moment noch mal kurz windows taste bitte nicht nicht böse sein ich gucke und okay das läuft und ich höre eine neuerung glitschen was ist los ok ok ihr seid nicht die die suche tschüss nein ich muss noch kämpfen okay also wir suchen wieder eins und diesen größeren missfeichern so ist denn mein aggressor der ist an der ist an okay ihr seid ebenfalls nicht die ich will ich muss gleich zu her geflogen ich gehe meinen südlichen bereich vielleicht klappt sie dort besser ich habe auch keine ahnung wo das vier zu finden ist so ihr kommt schwingt rüber jetzt du das und abmarsch es kann übrigens auch sein dass ich die aufnahme station relativ abrupt abbreche dass die vier die ich suche für die fall dass ich von meinen eltern zu laut bin na wisst ihr bescheid meermann ne wir suchen kein meermann wir suchen sahagen prins oder habe ich jetzt irgendwas mit geschnitten ich hoffe dass ich wieder nicht eins dieser verbrechenzeit so ein viecher moment ich gucke direkt nack weil die mucke malos die muss Merkel Egg in brindt mh 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 wo man gegen den riesen punkt gekämpft hat mich auf der richtigen zeit noch mal kurz im wiki ich habe noch mal gegen die hier im fall im südwesten soll es den ergeben okay ja mal so hin ach ne jetzt sind die schon alles klar gut dann passt das so haben wir doch klaus platten dann haben wir es ja gut da kann ich noch das können ich treffe der werde ich suche mein glück so hammer sahal im prinz so ne warte datenbank christian christian und klein christian hammer kaktor kaktor beim erz kaktor für jetzt nämlich schon wir müssen erstmal normalen kaktor finden das kann ja lustig werden ich habe schon mal für so normal kaktor ewig gesucht das wird ja jetzt ein spaß ich hoffe es dauert nicht zu lange den zu finden die spawn chance ist bei dem ja gefühlt gegen null ich habe hier einfach drei verteidiger und am besten lieber drei heiler weil der kaktor muss erst verwandeln finde ich auch nicht so toll aber will man machen so nicht ist es das ist gut und nein ich werde bestimmt noch das ein oder andere man sie sowieso suchen müssen ja kommen obwohl es wird es schnell nicht gehen denke ich ich leg so direkt mal startparadik mal fest damit doch nichts passiert dann möchte ich nicht umlege oder so so als ob wo auch eine beermut ich habe gewundert naja das tut der erste spaß wünscht das kaktor zu finden das denn ganze parade tschüss ich habe schon mal so ewig für ein schlechtes kaktor gesucht und das hat auch locker eine stunde gedauert deswegen ich hoffe ich jetzt auf mein glück ja 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 ich drücke einfach gar nichts ja ja ihr macht das schon ne ok einmal lesen vom ding es macht nur so wenig weg das geht schon einfach die ganze sache aussitzen ich frage mich wie lange das dauert bis er umfällt bis er sich umfällt bis er sich verwandelt das dürfte ja nicht so lange dauern oder mach mal so ne ja mal los traktor komm schon ist es jetzt so weit ja verwandelt er sich ja 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 komm schon tu es pubertät ok jetzt ist er der erste traktor naja ich hoffe der kann mich wecken oder so ok wir haben wir schon easy cool der ist noch jetzt nicht lang gesucht haben wir natürlich auch echt hilfreich geil ok da haben wir den nämlich auch kaktor kaktor äh was ach da kaktor monster so erzkaktor stahlkaktor seniorkaktor kaktrine kaktorius ja wir haben die kaktoren auch alle ok tomberry ist nur tomberry und don tomberry ruin 100 ok homo zählen auch noch das ist wieder eins der paradox dinger äh dieser paradox effect monster äh 100 aber die zu finden sollte theoretisch auch nicht so lange dauern aber es ist halt ein starker gegner der kann ein gönnchen bepimmeln wenn er das will ja schon aufs beste im ideal sind wir auch gleich im richtigen spot oder haben wir das perfekt genau hier will ich hin habe ich gut gemacht ok du hilfst mir jetzt indem du perfekt für zwei mother fucker äh hier das da ok schocken lässt er sich easy aber schaden macht er ohne ende alter ich versuche ja mit einem schock zu beenden sonst habe ich jetzt zu groß probleme mit denen ok los volle kanüle rein da der wird nicht einfacher wenn ich den an dem lasse ich mache mal ganz kurz den hier oh fuck oh fuck und weiter geht es ok ich werde nur zwei mal schocken müssen so dreimal brecher yes yes sogar ein kristall bekommen bestchen bändiger bekommen geil so was soll man sagen so urnenfelide also die heilmistfischer was haben die in so kevse, fedeo, felix felisto ja über 400 gut da bin ich bestimmt den ganzen Weg gegangen naja felisto ja aber 400 da ok wie schwer soll es denn sein jetzt hier noch so ein heiler missfeel zu finden ich habe einfach nur nie gekämpft daran wozu gelegen haben so rein in die zeit bin ich wirklich im richtigen ort ich bin mir sicher per urban gewählt ich bin ziemlich sicher okay was auch immer keine ahnung was da passiert ist ich will nicht drüber reden wirklich nicht ich spreche mich nicht an okay aber schon mal wieder das ladebildschirm hier liebe die sind immer so schön kurz und so animationsreich ok ok nope andere gegner please mal kurz das paradigma da so naja bevor ich die suche kann ich es auch gleich machen nur auf jeden fall ist mir nicht ab wer weiß so ok haben wir ich brauche felideo felideo felino fläche hier drin oder so dreh dich doch kamera tschüss schade dass ich da hochkomme ok kommt hier oben monster ich glaube nicht nur na gut seid ihr nein wie schwer kannst du finden der vermte katze in der vase zu finden zum ernst was ist da los aha na mit der mittel nicht so viel glück bist du doch ich glaube hier ist immer er dabei ja da war er ein zack na die kamera schnell weg der hat nicht viel zu melden ah scheiße ich dachte schon ich würde ihn da jetzt schaffen egal wird eh nicht viel aushalten gib ihm hart und hier ist doch der felisto aber felisto haben wir doch schon oder ist verlesen moment nö doch verlesst du es richtig wie die muss sein so dann suchen wir noch chocobos ja hier menü bitte danke zack chocobos normal weiß schwarz blau rot grün violett nice und das war's wir haben die wilden monster abgeschlossen je ok gefächs thron jage jahre müde und geht die ganz griff die die fechter hammer panzer pedi dragoner lanciera raubkatz links iron puma oder purpur puma kommt gar nicht vor taxo city butzebot und butzebot westpied vertix westpied klipeos fehlt es noch in v2 200 p2 200 ok als ob gerade der großer gespawnt ist fuck off ich hätte erst bekämpft bekommen für den geh aber nein das können wir uns doch sparen zum schluss du spielst so p2 200 ein paar drohnen legen habe ich schon mal wieder die laderzeiten liebe falls nicht dann äh ja laderzeiten sind beste ok let's go ich will fast sagen dass ich hier den aggressor aus mache oder na guck mal hoch für den fall dass ich noch etwas seltenes finde man weiß ja nicht so viele monster auf einmal ganz klar hallo und wer nein nein sind die das ja ok sie haben hammer und getrackt hauptsache ich habe den butzebot aber nicht die die westpieden dazu das ist das ist meine artitüde so muss ich du darfst etwas leise sein dankeschön äh weshalb pietz dürfen alle haben ok eglitz was was x 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 aber 200 monster einheiten naja ich hoffe mal ist ja auch sein was zu finden sind ich bin hier cool ne habe ich schon alle tschüss aber wenn es vielleicht ich hoffe nicht dass wir es absolut ist ne ok magma don ok ich werde nach dem dicken wir trotzdem ausschalten müssen dies haltet abstand hallo ok ein paar kriege in den händen finden kommen nehme ich jetzt mit für den fall dass ich noch nicht habe luxidon moment ist er das nicht was ist der doch den ich suche lol hätte ich jetzt so nicht mit gerechnet moment peter nee das war dann nicht oder moment kannst du vielleicht doch noch was gefunden ne gut also haben wir das ist auch fertig pudding sagen die pudding polygonator zero und das war's gar oder sind tank mal kalavinko so hantieren paradox atlas atlas hammer ja antike maschinerie zene roi johnny tot schadroid hammer ob wie test du das gut um was ist ein victor ok haben wir schreiben klinge hammer detonator reaktor wasserwerfer wirbelgranate in prescher 100 ok ok über 100 und dann hier ne was sage ich über 100 mein prescher 100 ein paar granetchen finden wie schwer kann schon sein na los komm lass mich rein tu es ok ich habe schon na eben was ich auch offen das spiel hängt heute mal gar nicht wie ist das denn wirklich amk wo denn jetzt wo denn jetzt komm schon ich habe schon auf maximal ist oder nee ist alles an die monster wollen mich von nicht die wissen schon was ich einlassen würden auch kann